Hallo! Wir machen heute die Konservendosen-Challenge. Also Conny hat diese Challenge auf YouTube gefunden und kam auf die Idee, wir könnten die auch mal drehen. Und deswegen wird euch auch Conny die Challenge jetzt erstmal erklären. Also wir haben unter anderem ein Glas, aber fünf Dosen. Wir haben uns da verschiedene Lebensmittel ausgesucht. Zusammen. Die Omi von der Conny hat sie dann lieberweise beschriftet. Dann haben wir hier eine Schüssel mit Nummern, wo wir ziehen. Diejenige, wer es zieht, bekommt dann die Augen verbunden. Und die andere sucht dann die Dose oder das Glas raus und füttert die andere Conny damit. Da muss er raten werden, was es ist. Es geht auch darum, dass man versucht, es runterzuschlucken. Aber es sind wirklich sehr grausliche Dinge dabei. Also es sind Dinge dabei, die wir beide nicht leiten können. Und was immer ganz schlimm ist, ist dieses Glas mit diesen Oliven. Ich hasse Oliven. Und es sind Pilze dabei und ich hasse Pilze. Das ist für mich wie wenn ich Schnecken essen würde. Und Nudeln mit Tomatensauce, nein Bohnen mit Tomatensauce, oder? Bohnen, Baked Beans. Oh mein Gott. Und ich hasse Tomatensauce. Aber kalt sind sie voll grauslich. Und das ist also ein bisschen halt versucht uns zu raten, erstens und zweitens runterzuschlucken. Aber es gibt auch heilere Sachen. Genau. Und wer halt beide schafft, der hat dann gewonnen. Der hat den Punkt. Also wer es runter schluckt, unterratet. Der verliere muss wieder was essen und der andere darf sich wieder aussuchen, was er essen muss. So wie bei unserer letzten Babyfood-Challenge. Falls ihr euch noch dran erinnern könnt. Oh je. Ich verliege euch das Video mal hier. Falls ihr die Babyfood-Challenge noch nicht gesehen habt. Ich würde sagen, verbinden wir die Augen. Ich mache den ersten Schritt. Irgendwer muss ja machen, ne? Bitteschön. Darf ich noch mal wissen, welche Nummer ich ziehe? Nein, du schaust nicht rein. Also ich schaue nicht rein. Ich ziehe nur. Bitteschön. Gut. So, wir fangen an mit 1. Oh! Erste Dose und die richtige. Oh nein. Nein. Ich glaube, du kriegst das allerleckerste. Wunder. Aaaah! Darf ich auf? Ja. Noch eins. Wir sind da nicht zum Füttern da. Lecker. Zwei. Das ist eins. Nummer 5. Oh, ich liebe es. Schauen wir mal, was Nummer 5 ist. Fandöschen. Nein, das sind die Uli. Wirklich jetzt. Wirklich jetzt. Sie sagen sofort, dass ihr zu lief und bekommt. Aber alles halb so wild. Erstmal drauf riechen, dann passt vielleicht nur noch an. Nein, will ich nicht. Ja, mach mal den Mund auf. Ja, mach mal den Mund auf. Und dann runter damit. Also ich finde Oli von Kuh, die weiß gar nicht, was sie hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Den Geschmack krieg ich nie wieder weg. Ich habe auch ein Schlimmes. Drei. Pilze. Nein! Mund weit auf. Nein. Mund aus. Ich habe doch immer diese Scheiße geliefert. Ich esse keine Pilze. Nein. Ich esse keine Pilze. Nein. Du musst aber. Nein. Muss auch. Wie schaut es denn aus? Sieht die schön? Sieht die braun? Sieht die eher grau? Das ist ein sehr schöner Pilz. Nicht verschwecken. Ah! 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 Dum 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 dum. Eins. Zwei. Ich will nicht. Drei. Cawain. 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 Du darfst doch stürmen. Ah! Nicht auf dem Boden! Ich kann keine Pizza essen. Ich kann keine Pizza essen. Leute. Ihr seht wieder, wieder, wieder. Du hast auf den Boden gespungen. Nummer vier. Einfach meinen Mund. Ohne zu wissen, was es ist. Ist das was Gutes? Nö. Mund auf. Mh. Glück habt, ne? Mehr. Mehr? Ja. Ja. Die macht das Spaß. Nicht die Pilze, ist die das leckere. Du hattest, das war ja die leckere Ananas. Mhm. Die war auch lecker, bis ich dann den Pilze-Geschmack in den Mund gekommen habe, ne? Nummer sechs. Gut. Das sind die Bohnen. Und das? Ja. Gut. Das sind die Bohnen. Warm sind sie besser, aber geht eigentlich. Das sind die Bohnen. Naja. 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 Gut. Eigentlich bleibt die Zähne. Eigentlich ist hier nur eins da, aber... Wie sieht denn das immer so? Aber wer ist es jetzt trotzdem? Gut. Das sag ich wohl. Dann hast du wohl verloren. Normal. Ich verliere immer alles. Weil ich einfach extrem ein Lulu-Bindes-Essen angehe. Die ganze Gidecken, was es ist. Aber sie muss noch essen. Gut. Mund auf. Das zu essen ist ja nicht schlimm. Frau Fischer, sie haben gewonnen. Weil ich esse gerne essen. Ich habe verloren wegen blöden Pilzen. Ich wusste genau, wenn die Pilze kommen, entschuldige ich. Ich darf mir jetzt aussuchen, was sie essen muss. Aber ich bin nicht so böse. Bitte schön. Bohnen. Einmal. Bohnen. Immerhin nicht die Pilze. Schau, wie meine Soße schon. Das ist auch schwer. Gott. Danke. War's gut? Wunderbar. Ich hasse kalte Brunner. Nächstes Mal. Nächste Challenge gewinne ich. Wollt ihr eine nächste Challenge mit uns beiden? Und welche Challenge wollt ihr? Das ist hier die Frage. Darunter Buch. Ich hoffe euch hat unser Video gefallen und ein bisschen unterhalten. Und ihr habt jetzt Spaß. Mehr als ich. Weil ich muss einen Pilz im Mund nehmen. Davon werde ich heute Anfang haben. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre es cool, wenn ihr es kommentiert, liked oder teilen könntet. Und uns ein bisschen unterstützt. Das ist die Haare vom Schalter und nach dem Nase. Ganz schön. Gut. Facebook-Seiten, Gefängnisseiten. Alles mögliche. Ich verlinke euch unten in der Infobox. Ja. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Pizza. Fertig. 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 Fertig.